Das ist hier der Eingang vom Jumeirah. Hier kommt man an. Da hinten kann man noch sehr schön die Skyline von Dubai sehen. Das finde ich irre. Ja, hier sind wir dann angekommen. Heute ist sehr viel los. Dann ist es Wochenende. Die Emiratis kommen hier zum Wochenende her. Und dann geht es in diesen wirklich geilen Eingang. Musik Musik Das ist schon sehr schön mit dem ganzen Gold. Aber man muss natürlich auf Gold stehen. Sonst hat man hier ein Problem. Das Hotel ist nicht besonders groß. Also es sieht sehr groß aus. Aber es ist gar nicht so groß. Und bis heute war es eigentlich auch sehr ruhig. Aber wie gesagt, jetzt sind hier dass es hier Hotel war. Viele angekommen. Zum Wochenende. Und hier geht es raus. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Musik 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 Ja, so sieht es aus. Musik 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 So, jetzt wollte ich noch mal das Hotel von drinnen zeigen. Jetzt geht es in den Lift und dann wollte ich den Innenbereich, also die Empfangshalle mal zeigen, damit ihr euch auch mal so ein Bild machen könnt. Achso, ich muss ja einen Knopf drücken. Ohne Knopf drücken fährt hier kein Lift. Ja, das ist wirklich, äh, very nice. So, tadaa. Hier draußen geht es zum Strand, to the beach. Und das ist das Hotel. Also, ich muss sagen, das hat schon was. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020